So meine lieben Leute, willkommen zurück. So, das ist die letzte Bahn hier. So, ich habe auch dieses Terrain drin. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber normalerweise ja. Das haben wir jetzt auch drin. So, dann werden wir das jetzt eben kurz wegbringen und dann werden wir anfangen, das Stoß zu sammeln und dann zu verkaufen. So. Mach mal mit dem. Ja, ich glaube schon. So, wie ihr seht, das habe ich gehäckselt hier vorne links. Weil das Schwachsinnig wäre, da jetzt auch noch Bahnen zu legen und weiß der Geier was. Weg. Gehäckselt ist sehr gut. Obwohl Verkehr an ist, kommt hier kein Verkehr. Da vorne geht es dann nachher weiter. Aber Feld für Feld erstmal. So, nein, nein, ja. So, das werden wir eben kurz einlagern. Dann holen wir uns den Wagen und dann geht's los. Ob das rote Licht jemals angehen wird? Bestimmt, wer der Schritt leer ist, oder? Das wäre auf jeden Fall mega geil. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt geht's los. Hier braucht man Kohle. Ich hab voll den trockenen Hölz. Ich muss gleich mal wo trinken. Ich hab voll den trockenen Hölz. Ich hab mich mal gespannt, wie viel wir hier rauskriegen. Dann müssen wir zusammenrechnen. Zwei Bahnen ergeben wie viel. Wir sind jetzt schon bei 34, 35. 44. 44. 44%. Nein, so geht das nicht. Mega geil. Ich feier das mega. Achso, ähm. Nein, das war falsch. Das war richtig, oder? Hä? Ach, ich hab die Konsole nicht eingestellt. Ärgerlich. Aber egal, macht nix. Und. Aber egal, ist es doch was. Weil ich das war, was wir. Wir lassen da zwei Mal. Wir lassen uns. Und wir lassen uns. Wir lassen uns. Und wir lassen uns. Die Wand. Das ist ja nur 4,5 Bahn. Das Pfeifen ist mega geil. Das Pfeifen ist mega geil. Ah, fast 8 Riesen. Und da war auch gleichzeitig der Viehhändler. Das Brück ist gesperrt. Das Pfeifen ist mega geil. Das Pfeifen ist mega geil. Das Pfeifen ist mega geil. Ich will so schnell wie möglich bessere Maschinen haben. Um effizienter arbeiten zu können. Ich habe keinen Bock, weil wir brauchen, um das Feld nur zu bearbeiten. Ich würde sagen, eine halbe Stunde. Ah, sogar länger. Fast eine Stunde würde ich behaupten. Weil es muss gekruppert werden, gedüngt werden, gesät werden, gedüngt werden. Und dann nochmal düngen. Und dann nochmal düngen. Ne, es muss jetzt geflügt werden. Stimmt. Geflügt. Gegobert, gedüngt. Uiuiuiui. Wir haben keinen Flug. Wir müssen diesen Flug kaufen, um effizienten Ertrag zu erhalten. Das kann was werden, liebe Freunde. Das kann was werden, liebe Freunde. Und da wir uns noch keinen großen Flug leisten können, weil wir keine Schlepper haben. Und das Mieten extrem teuer ist. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und Kredit wollte ich nicht aufnehmen. Boah, ich muss jetzt unbedingt mal was finden. So, während der da da machen ist, trinke ich mal jemand. Also, den ich hier weiß, was ich nicht. Ich muss jetzt noch mal was, was ich nicht. Und dann sind wir auch mit dem, was ich nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schützig. Oh, ich weiß nicht. Wir wissen nicht. Auch wenn die Brücke gesperrt ist, könnte immer einer vorbeikommen. Die Brücke gesperrt ist, dass die Brücke gesperrt ist, die Brücke gesperrt ist. Die Brücke gesperrt ist, dass die Brücke gesperrt ist. Die Brücke gesperrt ist, dass die Brücke gesperrt ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage wie immer, vielen Dank für's Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!